Und da sind wir wieder in Builders of Egypt. Mangel ist eine Speicherfunktion, werden wir direkt jetzt hier einfach weitermachen, wo wir in der letzten Episode aufgehört haben. Ich habe mich mal schlau gemacht, die Entwickler schreiben, dass sie jetzt in der Early Access Version da einfach noch Bedenken haben und noch kein Speichersystem implementiert haben, weil sie damit rechnen, dass zu viele Fehler daraus resultieren können. Schräg, aber ja, ist wohl so. Sie planen es aber wohl auch noch einzuführen. So, gucken wir mal, was jetzt Phase ist. Also unsere Mission, Brot sammeln, 12.500, sind wir eigentlich recht gut dabei, müssten jetzt aber auch erstmal schauen, dass wir uns jetzt hier in dem Spiel weiterentwickeln und uns überlegen, was wir wie machen. Und das werden wir tun und lernen noch mehr über das Spiel kennen. Okay, dann checken wir mal aus, was Phase ist. Wir machen mal hier wieder Play bzw. kurz auf Pause. Wir haben hier zu wenig Arbeiter. Wir haben ja eine schöne Übersicht, da können wir uns das Ganze mal geben. Also wir haben 56 Einwohner. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns diese Informationen auf die Schnelle holen können. So, das ist die Handelsgeschichte und das ist die Statistik an sich. Das sehen wir jetzt so nicht. Das heißt, ich weiß jetzt noch nicht, sind alle ausgelastet. Hier 8 von 8 Arbeiter, 10 von 10 Arbeiter. Hier eben 2 von 5. Also ich glaube, es mangelt einfach. Da brauchen wir einfach gar nicht großartig checken. Weil wir sehen es ja auch schon, dass er hier sagt, hier zu wenig Arbeit. Also wir brauchen definitiv mehr Häuser. Das werden wir machen. Das ist mitunter natürlich jetzt eines der wichtigsten Dinge. So, die Häuser bauen wir jetzt erstmal hier noch an. Kostet uns ja auch nicht viel. 15 Brot. So, sollte erstmal reichen. Dann bauen wir einen Weg. Starten wieder das Spielchen. Dann müssen natürlich noch mehr Leute dazukommen. So, was haben wir denn noch? Der Brunnen hat ja, glaube ich, eine recht hohe Kapazität auch, glaube ich. Wirksamkeit 100%. Passt erstmal. Schön auch hier Wasserverfügbarkeit. Da sieht man, der Brunnen reicht hier nicht aus. Der deckt hier gerade das mal so ab. Das heißt, da sollten wir jetzt auch noch einen Brunnen hinbauen. Wenn ich überlege, ich werde die Häuser eher in die Richtung noch bauen. Das heißt, wir packen den Brunnen. Dann müssen wir noch einen Weg hinpflanzen. Da haben wir einen Weg. Der Brunnen deckt auch nach oben nochmal hinab. Machen wir. So. Dann verbinden wir noch den Weg hier. Machen wir das mal so. So, Brunnen deckt wie weit ab hier? Ah, bis hier runter nur. Okay, wir haben jetzt hier noch, mich interessieren wir jetzt auch Gotteshäuser. Sobald mehr Leute mit am Start sind, werden wir da auch noch was machen. So, den Schrein. So, der sollte möglichst die meisten Häuser mit abdecken. Am besten alle. Damit kriegen wir alle, die wir aktuell haben. So, was macht der Schrein eigentlich? Keine Ahnung, das ist halt einfach ein Schrein erst mal. So, Verwaltungsgebäude, Warenlager. Wie sieht es denn aus mit der Kapazität? Eigentlich noch gut, da wollen wir uns noch keine Sorgen machen. So, eine Farm wäre gut. Da haben wir jetzt nämlich auch genug Arbeiter schon. Das heißt, da bauen wir... Oh, da... Die Farm... Kann ich aber hinpflanzen? Nee. Die Farm muss... Die Farm kann man nicht einfach so mir nichts, dir nichts bauen. Da passt irgendwas nicht. Farm. Ich kann leider nicht per Rechtsklick irgendwie Informationen dazu einsehen. Da oben, da sind wir... Aus irgendeinem Grund leuchtet es da grün. Das klappt. Ach, tatsächlich, das sind... Oh, okay. Was in den Gewässern? Was ist das, was da angebaut werden würde? Das sah jetzt aus nach Mais, aber... Das ist kein Mais. Da konnten wir eine Farm hinbauen und konnten dann die Produktionswege... Das müssten wir... Müssten wir halt machen. Dann machen wir das. Bis ins Wasser rein. Das wollte ich eigentlich nicht. So, das sollte reichen. Bauen wir den 10 Arbeiter. Uh, da müssen wir aber noch mehr Häuser bauen. Da muss noch mehr gehen. Da muss noch viel mehr gehen. Das haben wir zu wenig. Ich bin mir jetzt nicht sicher, dadurch, dass ich die Wege reinbauen kann. Ob das sinnvoll ist. Ganz flache Gewässer zu bauen. Ich mach sicher, dass die mal angrenzen. Und dann gucken wir mal, ob die da dann auch hingehen. An die hinteren Farmen. So, das floriert. So, wir brauchen noch mehr Gebäude. Na, Wohnenabdecken ist ja auch nicht hoch. Das heißt, ich baue hier noch Häuser hin. Hier noch Häuser hin. Viele, viele, viele Häuser. Also, es geht gut von der Hand. Wir brauchen auf jeden Fall auch hier noch Brunnen. Deckt nicht alle ab. Okay, dann, ähm. Wie bauen wir das? Am besten so. Und werden dann auch hier später so in diesem oasigen Bereich noch mehr dazu pflanzen. Und hier einen weiteren Brunnen. Und dann kann man in dem Bereich bauen. Da kann ich keine U. ist zu weit weg vom Wasser. Würde ich sagen. Oder woran liegt das? Oh, wir haben meinen Stand erreicht. Siedlung. Oh, 50 Brot. 50 Brot habe ich. Ich kann nur keine weiteren Brunnen bauen. Ah, hier könnte ich. Das ist hier zu... schlecht von der, von der, von der, ähm. Von der Bodenqualität. Oder vom Boden zu hart wahrscheinlich. Das ist natürlich auch gut zu wissen. Das heißt, die kriegen aber hier kein... kein Wasser ab. Kann man irgendwas mit dem Boden machen. Kann man irgendwas mit dem Boden machen? Oh, hier hat man noch... Platz. Darum kümmern wir uns dann auch noch. Hier hat man noch Warenproduktion. Töpfer. Okay, aber ich kann mit dem Boden erstmal nicht viel machen. So, die haben Zugang für Wasser, also... Ja gut, die müssen halt nur zu dem Brunnen laufen. Das ist etwas, das habe ich... gar nicht bedacht. Ich muss ja nicht nur gucken wegen der Abdeckung an sich. Sondern die können ja, ähm... Die laufen halt einfach zum Boden. Und gut ist. Auch ganz gut, dann, ähm... Kümmern wir uns mal um... Kulturgebäude, so. Dekorativer Platz. Natürlich auch was Schönes. Ein paar Mal hier. So, dann... Bei Lebensmittelproduktion... Ich würde sagen, noch einen weiteren Fischerkeil. Ah, geht nur hier. Also da an den Sternen nicht. Dann, äh... Gucken wir bei der Produktion. Das haben wir noch nicht. Wir haben noch keine Töpferei. Jetzt brauchen wir genau hier. So. Das sind die Reichweiten. Genau, gerade eben... Als ich die Töpferei hingepflanzt hatte... Haben wir ganz kurz gesehen, wie viele, äh... Bewohner drin wohnen. Da checke ich ganz kurz in Tastaturenstellungen. Ob wir das irgendwie auch so anzeigen können. B-Haus. Okay, da kann ich ein Haus bauen. Will ich aber nicht. So, und da geht was. Wenn man mal guckt hier. Kommen ganz schön viele Leute jetzt. Oh, wie sieht es mit den Finanzen aus. Kosten 237. So richtig, äh... Einnahmeausgaben... Das sehe ich noch nicht. Oh, und ja. Ob jetzt mal das Brot voll hat, etc. Das, äh... Das wird natürlich super, äh... Lang dauern. Aber das kann man natürlich immer weiter ausbauen. Da kann man hier... Da kann man richtig viel bauen. Okay, dann gucken wir mal. Also wir sollen viele Ziegel exportieren. Wir brauchen mehr Einwohner. Das kriegen wir da, denke ich, hin. Ähm... Ich schaue mal ganz kurz. Bei der Ziegelproduktion. 195 Brotverkaufspreis. Das wäre der Kauspreis. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wie sieht es im Lager jetzt aus? Weil mittlerweile... Sind wir noch schon gewachsen. Nicht, dass uns die Dinger hier voll laufen. So. Okay, also 5000 Ziegel sollen wir exportieren. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall auch noch mehr, äh... Ziegel anbauen. Was ist hier los? Ja, keine Bewohner. Da kommen bestimmt noch welche. Da können wir ja mal noch eine dekorative Palme hinbauen. Und hier auch mitten reinpflanzen. Joa. Ich will aber so ein bisschen... Ah, okay. Da muss gucken, dass ich ein bisschen Platz lasse zwischen den Häuslis. Hier, mach mal das. Das ist ja das Arbeiterviertel. Kriegen wir auch noch hier eine schöne dekorative Palme. So. Machen wir das Ganze mal attraktiver. Was ist mit denen hier? Ah, die wollen. Die wollen, aber es gibt keine Häuser mehr. Dann bauen wir noch mehr Häuser. Ja. So. Komet, Komet, all. Ja. Sollte mal vielleicht auch die Pause-Taste, äh... loslassen. So. Jetzt haben wir hier, ähm... Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht gut wäre, den Weg hier zu verbinden. Okay, hier haben wir unsere Ziegelei. Wir bauen auf jeden Fall noch eine. Hier kann man auch drehen. Das ist die Lehmgrube. Da ist die andere Ziegelei. Und das sind so unsere Felder. Ursprünglich war hier ja mal Wasser. Jetzt ist das... Kein Wasser. Genau. Und da wollte ich vorhin nämlich auch gucken. Genau. Kein Zugang zum Weg. Das ist nämlich... Das war vorhin der Grund, wo ich mir gedacht habe, okay, ich kann doch einen Weg hinbauen. Warum? War irgendwie schräg. So. Da geht auch was. Arbeitet mal weiter. So, noch mehr Bahnlager, Kornkammer, Düfte. Ja, da haben wir auch genug Platz. Da floriert's. Uh. So, noch eine Ziegelei. Wie viel Auslastung hat die denn? Ich glaube, wir sollten da noch eine zweite Lehmgrube hinpflastern. Und die genau anschließen. Ja, da kann man glaube ich anschließen. Und... Noch eine Ziegelei. So. Wir brauchen mehr Produktionen. Gehen wir nochmal auf die Karte. Mit den anderen können wir hier noch nicht großartig interagieren. Das ist nur Abydos. Ich kann auch nicht weiter rauszoomen, falls sich das jemand fragt. Das ist noch nicht. So, will verkaufen. Ja gut, wir wollen aber Ziegel exportieren. Deswegen... Das bringt uns das erstmal nicht viel. So, brauchen wir eine weite Feuerwache. Nö, deckt alles ab. Brauchen wir noch mehr Häusli. Das ist alles kein Problem. So, hier machen wir ein bisschen mehr Platz. Packen wir noch ein paar dekorative Palmen hinzu. Okay, das passt das mal so. Okay. Okay. So, wie sieht's denn aus? Ja, aktuell exportieren wir halt noch nichts. Deswegen... Gehen wir ins Warenlager. Ziel. Verkaufen. Was heißt verkaufen an? Ja. So, ich hoffe, es bezieht sich auch auf die Diplomatie. Ah, da ist ein Händler. Jetzt kommt ein Händler. Na, also jetzt... Was ist ein Bestandteil? Ziegel exportieren. 5000. Keramik sollen wir sammeln. Das heißt, das können wir ja machen. Ich meine, wir haben eine Töpferei. Aber, brauchen wir nicht importieren. Ich dachte gerade, wir importieren das von den Kollegen bei der Diplomatie. Hier in Abydos, aber... Brauchen wir nicht. 35 Brot. Wobei, können wir mal gucken, was kostet uns denn... Aktuell unsere Keramik-Geschichte. Töpferei. Eine kostet uns 30. Aber wir produzieren halt dementsprechend... Ja, auch hier 100% Wirksamkeit. Ja, wunderbar. Das floriert hier, ne? So, wir haben 181, 200 Braummeer. Ja, die kriegen wir locker hin. Die kriegen wir locker hin. So, die Waren wurden gekauft. Das ist wunderbar. Jetzt schließen wir hier noch einen Weg an. So schön, dass der Weg uns nichts kostet. So, da soll ein Schnurstracks jetzt noch die Bewohner dazukommen. Okay, das sieht gut aus. Da oben sehen wir auch Technologien und Aufzeichnungen. Aktuell halt noch ausgegraut. Okay, brauchen wir noch sonst noch irgendwas? Ja, eigentlich nicht. Sieht gut aus, so wie es ist. Okay. Nehmen wir mal, Löhne wurden gezahlt. Aber das ist genau das. Also, jetzt hier... Werden wir nicht mehr sehen. Gehe ich mal davon aus. Weil wir haben jetzt einfach nur die Bestandteile. Jetzt, sagen wir mal, das entsprechende Brot und den entsprechenden Export da durchzuziehen. Das ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Ziegel haben wir jetzt auch schon 200 exportiert. Brot wird natürlich ein bisschen dauern, bis wir 12.500 haben. Schade ist halt, dass man aktuell nicht speichern kann. Damit, glaube ich, nehme sich trotzdem die Möglichkeit, dass die Leute das auch vielleicht ausgiebbar spielen. Ich kann mir vorstellen, es gibt einige, die sagen, ich kann jetzt nicht eine Kampagne drei Stunden, vier Stunden spielen, um mir das anzugucken. Oder will das dann auch nicht. Will dir nichts unterstellen, aber ich finde, man sollte trotzdem ein Savegame einfach einbauen. Auch wenn das zu Fehlern führen kann. Aber es ist immer noch besser, als wenn die Leute gar nicht speichern können, gar keine Möglichkeit haben zu spielen. Endet aber nichts an dem Gesamteindruck, was ich vom Spiel habe. Finde ich sehr, sehr gut. Es gibt so ein paar Dinge, die hätte ich gerne, würde ich gerne dann irgendwann mit einer Vollversion sehen. Nämlich zum Beispiel, dass ich direkt mit einem Klick sehen kann, wie viele Arbeiter habe ich hier. Also wie viele Leute sind angestellt quasi. Hier sind wir 555. Das sehe ich nur, wenn ich Gebäude bauen will. Dann sehe ich das, witzigerweise. Das würde ich gerne sehen. Ich würde auch gerne bei den Finanzen eben sehen. Okay, ich sehe halt, okay, das exportiere ich. Sehe Kosten, aber ich sehe nicht wirklich Umsätze. So eine Gegenüberstellung hätte ich halt gerne. Dass ich weiß, okay, mache ich jetzt eigentlich Plus oder mache ich keins. Das fehlt mir aktuell auch. Aber das Ganze ist noch eine Early Access. Deswegen bleibt es natürlich mal abzuwarten, wie sich das alles entwickelt. Ich muss aber sagen, also ich finde es erfreulich, schön gemacht. Vor allem grafisch, aber halt auch von der ganzen Oberfläche finde ich das ziemlich gut umgesetzt. Ist auch nicht gang und gäbe. Ja, das war eine zweite Runde von Builders of Egypt. Ich danke euch fürs Reinschalten. Checkt das Prolog aus. Auf Steam könnt ihr euch das Ding installieren. Ich bin draußen. Wir hütteln. Ich bin draußen.